Meine Furcht muss gehen, könnt ihr das verstehen, ist mir auch egal, ich will auch unbezüglichen, du. Diese einmalige Kugel ist nicht im Handel erhältlich, sondern gibt es nur bei mir, dem König. Wie schön diese Kugel glitzert, diese Kugel ist sicher ein Vermögen wert. Was würde ich nicht alles tun, um diese Kugel zu bekommen? Manchmal, wenn ich allein bin, fahrt mir Höhe, da geht doch immer heut in einer Hand zu verschlein'n bin. Ständig reißt der die Klappe auf, aber wenn's darauf ankommt, ist der stumm wie ein Fisch. Wie kommt dieser Frosch eigentlich doch her? Hier bei uns kann er auf keinen Fall bleiben. Ist es wirklich die Richtige für dich, Bruder? Wollt ihr mal so nachgefragt? Naja, sie war es, die sich getraut hat, eine Frosch zu küssen. Nicht ihr. Applaus Applaus Vielen Dank.